hallo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir so schaut es aus ja wir haben heute einen neuen hoodrush und wir haben neue karten die sich auf die x-faktor karten auswirken und ich musste gerade echt mal meinen unmut erst mal auf twitter luft machen weil das schön dass wir neuen hoodrush haben aber die ja die die sachen sind einfach witzlos aber immer genau darauf ein los geht's also wir haben hier einmal fünf gegen fünf draft die drafted spieler beliebige spieler wand paar silber paar gold dabei das ganze geht über drei drittel mit einer minute und gegen fünf habe ich doch gesagt verlängerung wurde aber der vier gegen vier in der mit mit einer eine einzige verlängerung sein ihr müsst ihr 15 spiele gewinnen ist 15 tore mit einem verteidiger erzielen da würde ich auch wieder empfehlen die beiden verteidiger vorne an in den sturm zu ziehen dann wird es einfach leicht das zu machen ihr müsst 20 harte checks machen ihr müsst 30 pässe spielen und auch 30 checks machen dann gibt es hier am schluss 250 punkte das ist der der eine modus wie gesagt drei drittel mit jeweils eine minute merkt euch dass das zweite ist lamp leiter da draftet ihr drei also drei gegen drei draftet spieler aus eurem eigenen line up das ganze geht hier ebenfalls über drei drittel mit einer minute ihr müsst ihr hier 60 tore erzielen 20 tore per schlagschuss 20 tore per snapshot 20 tore mit direktschüssen und zehn tore mit einem dick erzielen das wäre zwar alles schön und gut wenn halt jedes nicht jedes zwei tor einfach also bei mir egal welcher konsole nach welchem account steht am meisten nur tor dort und dann kriegt man keine punkte dafür das ist der eine witz dabei der andere wird es wenn wir uns die belohnung anschauen ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt also auch wieder der spielmodus geht über über sechs tage noch sieht man hier unten rechts und die ganzen belohnungen gehen über 13 tage das ist schon mal wichtig zu merken auch im mini pack wir haben hier ein saisonales objekt paar goldspieler paar goldspieler paar münzen basis pack vier goldspieler zwei goldspieler hier mal ein team of the year sammeln objekt okay wir haben hier ein premium pack wir haben hier zwei sammeln objekte zwei saisonale sammeln objekte hier noch mal ein team of the year collectible zwei saisonale spielerpark hier haben wir zwei team of the year collectibles wenn man drei sammeln objekte hier mal drei team of the year collectibles am schluss gibt es ein power up collectible okay also bin ich jetzt quasi gezwungen den hoodrush komplett bis freitag durchzuspielen weil danach brauche diese sammeln objekte nicht mehr so sehe ich das was mache ich mit denen danach warum soll jetzt also ich muss muss wirklich durch suchten bis freitag abend 23 uhr damit ich hier dann irgendwie was davon habe ansonsten habe ich noch ein paar team of the year collectors über und die bringen wir nichts mehr das ist schon mal und was mache ich dann nächste woche wenn euer spielmodus kommt warum sollte noch und was spielen also das stößt mich gerade mega also abgesehen da hat man ich mal ist es schon machbar das alles durchzuspielen aber auch nicht mit drei drittel mit jemals einer minute das der nächste wird vom sammelsgleich wenn es irgendwas dabei gewesen wäre mit mit schießen wer das erste tor schießt dann wäre es noch realistisch gewesen wenn man es auf superstar dann spielt aber so muss ich sagen ist es echt mies dass man das alles durch durchzuziehen muss vor allem jetzt auch noch die ja die 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 ziele aus den team of the year abschließen möchte da reden wir ja von diesen 50 hot rush spielen die man machen muss also gerade bei drei bei drei drittel eine minute zieht sie es dann doch schon länger als wenn man nur ein tor schießen muss finde ich echt eine recht mieses sache ich habe auch hier gerade schon angeschrieben das ist irgendwie nicht so das gelbe vom ei weil was was mache ich nach freitag mit diesen collectibles warum sollte ich dann noch weiterspielen nur wegen das power-up collectible macht meiner meine noch keinen sinn also finde ich etwas etwas ja etwas etwas mies wenn neue primetime karten das soll man nicht will ich euch nicht vorenthalten wir haben zwei neue hockey roots karten davor noch ein kleiner tipp was die team of the year angeht es lässt uns einfach nicht los und ja ich bin noch etwas aufgeregt ich kann noch einen tipp geben und zwar wenn ja ich empfehle jeden mindestens viktor hitmann zu machen ich kann einen tipp geben wenn er wirklich noch spieler übrig habt dann schaut mal in diese in diese superstar origins rein und macht euch da den viktor hitmann ist von dem vom preis her zwar auch teuer aber immer noch billiger als den jetzt irgendwo zu kaufen wenn es noch irgendwo gibt klar wenn es schon untauschbar habt dann oder selbst tauschbar dann rein damit in zeit aber hier 33 gold spieler egal welche 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 sorte also egal welchen welchen wert das sind wenn man bedenkt und man tut nur nur unter unter 80er rein dann kriegt man für den wert normalerweise gerade mal zwei von diesen team of the year collectibles dann mit dem geht es dann weiter mit braucht man 80 ok aber auch hier braucht man nur drei auch nur zehn also im ungerechnet ist dann ein team of the year collectible plus noch ein paar trikots ich sollte jeder noch haben 20 belohnungen auch morgen und übermorgen gibt dann mit dem weiter 1 86 2 83 ist auch noch mal drei collectibles die drei natschen noch mal zwei also nur bei fünf und mit den 5 1 85 er gibt gar nichts weil er braucht man zwei dazu wird aber auch nur zwei geben 284 er gibt noch mal zwei also für für unter zehn collectibles kommt damit also umgerechnet für unter zehn team of the year collectibles kommt damit an den 88 victor hitmann und wer den an eintauschen eintauschen wird im team of the year set spart immer noch die ja immer noch mehr als die anderen collectibles gekostet hätten der vergleich hier braucht man 60 dazu plus in 88 hier braucht man 80 also selbst wenn jetzt 10 einsetzt dafür ungefähr was dabei 70 korrekt ist die karte an sich kostet und habt einen leichteren fahrt spart ihr zehn collectibles wenn er keinen mehr machen können dann hau die die power up power up sets rein dass hier noch das eine andere power up collectible raus raus selbst das geht ja nicht länger als diese zwei tage 22 stunden noch also selbst wenn man sagt okay man kann man den collectibles danach noch irgendwas anfangen aus dem hood rush aber selbst damit kann man nichts anfangen also ja bin sehr sehr enttäuscht hier ich bin nicht sauer ich bin nur sehr sehr enttäuscht kommen damit zu den karten wir haben zwei neue hockey roots karten einmal den 88 rein alles aus kanada linker verteidiger 1 78 groß 82 kilo mit funke oder knipser dazu den verteiler präziser pass als superstar fähigkeit und magnetisch als eine zonen fähigkeit wenn wir für sechs punkte zu viel präzisen pass kann man an machen damit beiden synergien ist bei 91 beschleunung 90 tempo das ist schon okay aber gerade für so einen doch kleinen verteidiger müsste da eigentlich mehr drin sein also wenn er jetzt von haus aus 90 hätte und kommt mit beiden synergien auf 92 was optimal so ist es mir dann doch mit dem auf die größe schaut leider zu wenig zweite kollege dem heute haben ist auch aus team kanada der 90er john everley ein linker flügelspieler 1 80 groß 85 kilo mit zonenwirbeler oder funke dazu einen verteiler superstar fähigkeit ist der puck am faden und die grandiose rücker auf acht punkte nicht aktivieren und selbst beim faden bin ich bin ich recht kritisch hier ist halt auch komisch gedreht weil er hat 90 beschleunung aber nur 87 tempo sehr unterschiedlich das heißt man braucht zwingend dieses diese synergien ja aber selbst damit es hat zwar bei 91 tempo aber es hat auch eine 90er karte kann man schon etwas mehr erwarten schuss im 90er bereich das passt so die hände sogar im hohen 90er bereich also ich würde lieber auf offensiv bewusstsein verzichten auf zwei punkte wenn er dafür im tempo zwei mehr hätte von haus aus body checken es ist auch niedrig wenn man bedenkt er ist eine 90er karte als 1 80 groß hat nur 84 am body checken widerstandsfähigkeit zwar auf 99 aber das ist jetzt auch nichts wo ich sage da lege ich jetzt großen wert drauf bully kann auch keine spielen wäre mir auch zu klein ehrlich gesagt defensiv bewusst ist ganz gut an sich eine gute karte für eine 90er gibt es da schon bessere 85er 86er dann haben wir noch eine nennenswerte primetime karte und zwar von dem washington keller sind 93 elksowetschkin linker flügel spieler 191 groß 108 kilo mit arbeitstier oder flügelmann dazu noch magier und den donnerschlag auch für sechs punkte wenn wir es zu viel also hätte jetzt noch verteiler dabei wäre richtig gut aber so gehen halt beide synergie nur auf die beschleunigung anführungszeichen nur auf die beschleunigung sind bei 91 beschleunigung wir kommen nicht über 89 tempo raus der schuss ist so gut wie perfekt magier schade hier nicht geht es die kinder ein bisschen hoch sowie die widerstandsfähigkeit gutes braucht also an sich eine super karte von obetschkin hätte der stadt schlimm mag jetzt noch noch verteiler oder zonenwirbler dann wäre ja sowas von mega so leider super aber auch da ein bisschen abtöner damit auch seine extra karte upgrade bar auf 6 auf 93 kostet 80.000 münzen oder drei pop collectibles und damit kommt dann noch die synergie der knipse dazu also hier könnte man sogar machen glaube ich mit verteiler oder ja hier haben wir den verteiler dann kommt darauf 91 tempo wenn irgendwann später noch ein zonenwirbler in einem extra tier dazu kommt es müsste dann wenn dann hier kommen also mit zonenwirbler und verteiler dann würde er richtig gut so klar super karte upgrade empfehlenswert aber ich würde jetzt erstmal meinen fokus auf die team of the year karten legen oder sämtliche sachen reinbuttern was sie jetzt an belohnungen ziehe und jetzt hier gar nicht groß power collectibles machen für die für die extra karten sonst nix nennenswertes dabei hier und wenn ja wenn dann haben wir eka zwei wir müssen ja den hoodrush durchspielen also ich bin etwas ich bin etwas ungehalten falls man das merkt aber lasst mir gerne einen kommentar da wie ob ihr es genauso seht also ich finde es echte frechheit wenn man ich spiele gerne natürlich spiele viel NHL aber das ist dann schon vor allem wenn die tore nicht zählen wenn die tore zählen würden wäre es mir sogar wurscht damit das noch durchziehen aber freust du machst da hier back to indie to shifty to goshen grind und dann kriegst du keinen punkt und dann kriegst keinen punkt dafür also das ist finde ich ziemlich ziemlich mies wenn sie schon so sachen reinbringen dann sollen sie zumindest sicherstellen dass die ganzen bugs gefixt sind also ach etwas ungehalten damit verabschiede mich heute es wird heute sonst nur noch ein weiterer rage rant hier wie gesagt gerne einen kommentar lassen ob es bei euch genauso ist vielleicht ist der fehler nur bei mir ich weiß nicht aber gern mal was dazu schreiben wie ihr das seht und ja dann sehen wir uns morgen wieder zum team der woche ob es neu ist wird entscheiden wir dann wieder und auch natürlich zu meinen hood champions und rivals belohnungen auf auf zwei accounts ja so schaut es aus vielen dank für das einschalten weiter meckern ciao